Snow, 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 snow. So, noch zwei Runden. Wenn ihr wissen wollt, wo wir die ganzen Formel 1 2010er Wagen hier haben, ich will nur sagen, die haben wir uns selber gekauft, zumindestens ich. Ich hab's dann Tobi geschickt, hallo, äh, Mojan. Hab, hab alle geschickt, weil er wollte die auch alle haben, und da hab ich mal probiert. Ah, die kosten 100 Coopers, glaub ich. Oder 25 oder so. Was? Na, ne, ne, die kosten, glaube ich, 100 oder so, ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall hab ich die mir selber gekauft, von Coopers. Äh, ja, weil die, ich fand das ja einfach cool, wollte die alle haben. Da ist auch wirklich jeder, jeder Wagen dabei, von Red Bull bis, äh, HRT, Force, India, alle dabei. Und 2010? Na. Und, äh, Mojan hat mir auch seine ganzen Wagen geschickt. Die fand ich natürlich sehr cool. Und, äh, ein von denen war's auch gerade. Und, ja. Oh, Smig, ey, du fährst, oh. Warte. Oh, pass aus jetzt nicht. Bring's zu Ende. Oh. Ja. Oh Gott. Yeah. Mann, ich mach Donuts. Ah, geht ja gar nicht. Oh Mann, da wird diese Strecke. André, du bist nächste Runde dran. Ja. Ja, komm. Wo ist Eis? Ich möchte Eis finden. Das leitet ihn wieder drauf rum. Äh, das ist, äh, das ist, äh, die Festplatte ist alles in Ordnung da drüben. Was? Die Festplatte stimmt gerade kurz. Aber es nimmt alles noch super auf. So, jetzt noch die Schnau, äh, die Schnau stecken und dann noch mal eine. Und da. Ich fahr hier ganz ordentlich. Bist du, bist du schon im Ziel? Nein. Ich fahr jetzt gar mal los. Wo ich grad lang fahre, das ist ja mal supergeil. Auf jeden Fall war das gut. Auf jeden Fall bin ich außerhalb des Levels. Ja. Mann. Ich fahr hierbei so Bergen lang. Du spielst, ähm, Bergsteiger. Genau. Yeah. Bergsteiger spielen. Yeah. Banane. Banane. Bananaman. 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 Ja, jetzt war mein. Nein. Und? Boah, zweiter. Yeah. Ne 1,15. Sehr schön. Nach mal einer noch einen Schluss. Ne richtige Runde. Mann, das ist voll lustig, wo ich bin. Ich bin mit 10 Sekunden Rückstand auf Smig. Alles. Den Server atmen. Und danke nochmal, dass du, ähm, vorhin Desert genommen hast. Dass wir jetzt hier weiter aufnehmen können. Und natürlich, du bist natürlich auch hier drauf. Und André, du bist in der nächsten und damit auch letzten Runde dran, ne? Ja. Dann werden wir vielleicht nachher nochmal, also wenn, wenn das Video oben ist, ist dann das auch andere auch oben. Ähm. Und? Dann nochmal in den TF1 Racing fahren. Ich frag nochmal ein paar hier von dem Server, ob sie mitmachen wollen. Und ich bin dritter. Wer war das? Mann, David Forever. Haha, David Forever. Was heißt das eigentlich, Forever? Für immer. Heißt das immer Trackmania United Forever? Trackmania United für immer, so gesagt. Oh Mann, ey. Ja, ist doch für immer, oder? Klar. Ja. Einfach nur geiles Spiel. Jo. Müsst ihr euch gucken. Ich bin Bergsteiger. Bergsteiger, André. Weißer. Ey. Toi, jetzt wissen sie alle meinen Hinternamen. Ich meine Bergsteiger, Destroyer, LP5. Tobias Arendt. Hoho. Ja, wo bin ich denn jetzt? Jetzt wisst ihr alle meinen Namen. Super. Erdenlach am Anfallen. Ich bin in einem schwarzen Raum. Bleib mal da, bleib mal da, ich will das sehen. Nein. Ich guck jetzt noch. Wo bist du denn du hin? Wo? Black. Black's great. Und es ist noch mal dran. Wo bin ich? Wo bin ich? Du bist im schwarzen Loch, du bist... Du, 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 Star Wars. Du bist im Weltall. OMG. Ich bin der. Oh, Smigles, jetzt schaffst du doch. Du bist nur zweiter. Und VRT ist erster, den willst du doch bestimmt besiegen. Nochmal an VRT, wenn du zuguckst. Erster, sehr gut. Aber Smigles würde dich besiegen. Ich bin im schwarzen Loch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Oh, das ist die Abkürzung. Ach, das war die Abkürzung. Ja, sehr schön, Schmicklis. Weiter so. Du kriegst von mir 100 Hupas. Nein. Oh, das ist fies. Ich möchte auch welche haben. Du hast doch schon mehr als 5 Millionen. Ich hab noch gar keine von dir bekommen. Das sagen sie alle. Dann sind sie doch schwanger. Ich bin schwanger. Ja, Mann, komm. Super. Er ist da. Wow. Yeah. Oh. Yes, Mick. Da ist alles drauf. Ich bin im... Ich bin im schwarzen Loch gelandet. Hoch mal. Oh Gott, ey. Ey, runtergefallen. Selbstmord auf Eis. Du sch... Ah, nee, da drin ist das Eis. Ich bin irgendwie ganz schön. Und liebe Damen und Herren, die letzte Runde steht an. Yeah, Mulde, yeah. Schmicklis, sehr schön. Die letzte Runde steht an für heute. In Mistre-Wort-Selection mit sehr vielen Fails. Und André ist jetzt dran, ne? Ja. Stadium, 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 Stadium. Stadium. Oh nein. Schon wieder. Die letzte Runde wird Snow sein. Wo André sehr viel feiern wird. Das glaube ich. Ich frage wieder in die schwarze Loch. Nee, nee. Oh oh. Die Motor glühen. Es geht los. André. Da haben wir dich. Oh oh. Ich wusste... Muss man hier hoch? Folgt den anderen einfach. Ich hab der Ausgang dran. Dann mach's nochmal an. Du bist richtig. Ich leite dich, ja? Ach. Oh. Fallen wir ganz langsam. Jetzt nach rechts. Ja, sehr schön. Wir kommen gemeinsam ins Ziel. Nein. Nein. Wo fährst du lang? Okay, jetzt nach rechts. Rechts. Einmal rum. Nein. Scheiße. Das ist schwierig. Die Autos wackeln so. Ja, okay. Dann fahr ins Büro. Bist du denn gelandet? Nee. Warten. Hast du von neu gestartet? Nein. Ah. Okay. Sehr schön. Jetzt mal reinbar rum. Komm, du wirst jetzt... Oh. Er ist hängen geblieben. Muss das so sein? Ja. Er ist unten. Nein. Da kommt er. Ja. Oh mein Gott. Nimm den Boost mit. Okay, okay. Schaffst du? Nein. Nein. Geh auf der Kippe. Fahr an den Checkpoint rein. Fahr an den Checkpoint rein. Komm, fahr an den Checkpoint rein. Nein. Nein. Komm, los. Ja. So. Nimm doch mal den Boost von unten mit. Unten der Vorbild. Nimm den Boost mit. Nimm den Boost mit. Muss ich jetzt auf den Streifen fahren? Ja. Hallo. Jetzt auf den Streifen fahren. Ach, die Scheiße. Yeah. Er ist oben. Er ist oben. Parksteiger. Destroyer. LP5. Oh, irgendwie. Nein. Oh mein Gott. Jetzt nach. Nein. Doch. Nach rechts unten. So, jetzt wir lang. Jetzt nach unten. Alter, das ist ja mal voll. Oh, der ist im Ziel. Hier noch. Oh mein Gott. Ich war alles drauf, André. Und jetzt war der Kippe. Da bin ich leider wahren. Ich bin jetzt zurück von dir. Und da fahr ich jetzt auch nochmal. Danke, dass du mich geleitet hast. Nee, deswegen nehm ich noch den Reiseleiter. Ah, nein. Du bist gerade. Ah, du bist genau vor mir. Und grüß. Du überholst mich nicht nochmal. Jetzt bin ich aggressiv. Alles nur wegen dir. Er ist aggro. Mein aggro. Ah, mein... Scheiße. Nein. Nein, der mich überholt. Ja. Ich komme. Mulchian kommt. Oh, du bist der Bulle. Tschüssi. Nein. Nein. Ich suche uns so fein. Achim, aber ich habe schon vor mir gefällt. Das мир nicht. Ich glaube, ich will ihn nicht mehr ein. Also auf jeden Fall... Was ist denn das für ein Film? Hm? Wauw! Und? Oh, aber verbessert! Aber ganz schön! Oh nein, du bist besser als ich! Fast eine Minute, alter! Das muss man verbessern jetzt noch mal. Ich auch jetzt, ich bin... Das ist so mies! Na, warte! Nein! Gefailed! Das ist wie so Carrera-Bahn fahren! Ja, wow! Ich war ja auch so schnell um die Kurven fahren. Okay, liebe Leute. Die letzten zwei Minuten das... Dragmania nachmittags gehen zu Ende. Wir haben's jetzt gleich 18 Uhr, das passt ja so vor! André, hast du noch... musst du an irgendwelche Leute noch grüßen? Aha, überholt! Meine Mutti! Ja, Grüße an Frau Destroyer! Meine Mutti! Oder Mutti Destroyer! Such mich mal auf You! Nein! Nee, nee! Spaß! Wui! Oh, ey! Oh, ey! Boah, ich bin 16 Sekunden besser! 17 Sekunden besser! 17 Sekunden besser! Oh, ein Fehler! Oh, ein Fehler! Oh, ein Fehler! Oh, ein Fehler! Nee, nur Sonntags! Okay! Komm! 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 Oh! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott, war das knapp! Fast ein Fehler gebaut! Ja! Yeah, Mann! Fünfter! Oh! Oh, je! Oh, je! Oh, je! Oh, je! Oh, je! Oh, je! Oh, ich! Du bist einfach nur... Ohhh... Shh! Shi! Ynow, chi! Im yer, chi! Singing ri! Jetzt hab ich jetzt mir Verholt... Meine Mutti! Ich müsste meine Mutti grüßen, der mir dabei geholfen hat... Man, hat meine Festplatte grad Bauchschmerzen oder so? Warum? Die knirscht immer immer so. Ihhhhhh... Ich flieg runter, in den Schnee. Schneebeusschlag! Jawohl Ben. Wo bist du? E micro? Bis bald. Ah ja... Und liebe Leute, ich beende als Fünfter. Und ich als... Siebter. Ja, ich würde sagen, die letzten 10 Sekunden laufen. Ich sage mal, ich sage einfach nochmal, ciao, ciao. Und André, du kannst auch noch was sagen. Und ich möchte meine Mutti grüßen. Ja, das tun wir. Die nächste Strecke wäre Bay gewesen. Ich bin Mojian und... Ich bin André. Und bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.